Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Welt der Kaliber. In dieser Folge geht es um die 9,3x74R. Um keine Folge mehr zu verpassen, bitte abonnieren und die Glocke aktivieren. Die 9,3x74R ist eine leistungsstarke Hochwildpatrone, über deren Herkunft heutzutage leider keine gefestigten Informationen mehr zur Verfügung stehen. Es wird vermutet, dass sie um das Jahr 1900 entwickelt wurde. Der Erfinder dieses Kalibers wurde leider nie öffentlich genannt und es ranken sich mehrere Mythen zu ihrer Herkunft. Es wird vermutet, dass nach dem Willen ihres anonym gebliebenen Erfinders eine Randpatrone mit hoher Leistung, aber jedoch mit moderatem Gasdruck geschaffen werden sollte für den Einsatz bei der Jagd in den deutsch-afrikanischen Kolonien. Daher griff er auf eine lange konische Hülsenform zurück, wie sie bereits von der älteren Försterpatrone 9,3x72R und der 8x58R her bekannt war und verpasste ihr eine angedeutete Schulter. Möglicherweise diente auch die um die Jahrhundertwende in England konstruierte 400-360-Nitro-Express als Vorbild. Dennoch ist die 9,3x74R eine völlig eigenständige Entwicklung, keineswegs die Schwester der 1905 vom Berliner Büchsenmachermeister Otto Bock kreierten 9,3x62 und erst recht nicht die der ein Vierteljahrhundert jüngeren Brennecke-Schöpfung 9,3x64. Über die soeben genannten beiden Patronen habe ich übrigens bereits zwei eigene Videos gemacht. Dass sich die Leistung der 9,3x74R nahezu haargenau mit jener, der 9,3x62 deckte, war ein reiner Zufall. Heutzutage werden sie dennoch meist als Schwesterpatronen genannt. Schließlich wird die 9,3x74R mit den gleichen Geschossen wie die 9,3x62 laboriert. Daher gilt sie mit Fug und Recht als ihr Pendant. Und zwar als eines, das mit einem maximalen Gasdruck von 3000 Bar auskommt, während die 9,3x62 eine um 400 Bar höhere Druckentwicklung zur vollen Leistungsentfaltung benötigt. Im Gegensatz zu der Vielfalt an randlosen Versionen, die im 20. Jahrhundert für den Jagdgebrauch entwickelt wurden, blieb die Anzahl der Randpatronen überschaubar. Die 9,3x74R trotzte dennoch allen Stürmen. Ansi legte keine Hand an oder wagte auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden. Sie ragte damals aus der Schar der Getreuen heraus und sie überragt noch heute sowohl von den Dimensionen als auch von der Leistung her alle Standardpatronen auf dem Kontinent. Aufgrund ihrer Eigenschaften erhielt sie bereits nach kurzer Zeit die Bezeichnung »Königin der Hochwildjagd« und hat sich den Namen redlich verdient. Immer wieder las ich in der Vergangenheit, dass die 9,3x74R als Försterpatrone bezeichnet wurde, was jedoch nicht richtig ist. Die Försterpatrone ist nämlich die deutlich schwächere Version mit der 72er-Hülsenlänge, also die 9,3x72R. Über diese, nicht hochwildtaugliche Patrone werde ich zukünftig auch noch ein Video machen, sollte ich genügend Informationen finden. Nun aber wieder zur hier behandelten 74er-Version. Interessanterweise tat der Verlust der deutschen Kolonien in Afrika nach dem Ersten Weltkrieg ihrer Popularität keinen Abbruch. Vielmehr stieg die Nachfrage mit der Einführung des Reichsjagdgesetzes und aufgrund der Fürsprache hochrangiger Vertreter des deutschen Weidwerks. Wer immer die Ehre hatte, zu einer bedeutenden Drückjagd geladen zu sein, führte die Königin in Doppelbüchse, Bockbüchse oder Doppelbüchsdrilling. Sie dominierte auch bei der Einzeljagd auf Keiler, Elch oder Brunfthirsch, sofern eine Kipplaufwaffe genutzt wurde und die Königin wurde zur bevorzugten Patrone vieler höherer Forstbeamter. Aus diesem Blickwinkel heraus wundert es nicht, dass auch der sogenannte Luftwaffendrilling, ein Schöpfung von Hermann Göring im Zweiten Weltkrieg, mit der 9,3x74R bestückt wurde. Er sollte abgeschossenen Piloten in der libyschen Wüste das Überleben sichern und wurde deshalb an einen ausgesucht kleinen Kreis von Flugzeugführern im Koffer ausgeliefert. Die 9,3x74R verschoss in früheren Jahren ausschließlich schwerere Geschosse. Jahrzehntelang konnte der Benutzer zwischen den folgenden vier Laborierungen wählen. Diese waren das 16,7g Haarmantel, 18,5g Teilmantel-Rundkopfgeschoss, 18,5g Vollmantel und 19g Brennecke-TUG-Geschoss. Später gesellten sich das 16g Kegelspitzgeschoss, 17g Starkmantel, 15g Norma Vulkan, das 18,5g Oryx, das gewichtsgleiche Blaser-CDP und als leichtestes Projektil das 14,6g RWS-Doppelkern-Geschoss hinzu. Letzteres war damals mit einer Mündungsgeschwindigkeit von 785 m pro Sekunde Spitzenreiter in Sachen Mündungsgeschwindigkeit. Klassisch wurde und wird jedoch das Teilmantel-Rundkopfgeschoss verwendet, welches eine Mündungsgeschwindigkeit von 695 m pro Sekunde besitzt. Demzufolge siedelt sich die individuelle günstigste Einschießentfernung dieser Patrone bei nur 150 m an. Danach setzt der Abfall der dicken Pillen progressiv ein, sodass diese für weite Entfernungen kaum geeignet sind. Dies änderte sich mit dem Aufkommen der bleifreien Laborierungen. Um eine gute Wirkung auf schwächeres Wild zu erhalten, sollten bleifreie Geschosse eine Gewichtsklasse leichter als bei Bleipatronen gewählt werden. Dies gilt vor allem bei massestabilen bleifreien Deformationsgeschossen. Durch die leichteren Geschosse steigt verständlicherweise auch die Fluggeschwindigkeit und die Flugbahn wird deutlich gestreckter. Dies hat auch den Vorteil, dass das Vorhaltemaß bei flüchtigem Wild wesentlich geringer ist als bei den schwereren Bleigeschossen. Ich persönlich bevorzuge bei der 9,3x74R sowie der 9,3x62 bleifreie Teilzerlegungsgeschosse. Hier habe ich beste Erfahrungen mit der Brenneke TUG Nature Plus gemacht. Ebenfalls gut geeignet ist die RWS Evo Green. Diese besitzt bei Fabrikmunition eine Mündungsgeschwindigkeit von 885 m pro Sekunde und eine Mündungsenergie von fast 4700 Joule. Diese bleifreien Teilzerleger haben meiner Empfindung nach, bei schwächerem Wild wie Rehwild oder Frischlingen, eine deutlich bessere Wirkung als bleifreie Deformationsgeschosse im 9,3-Bereich. Bei den bleifreien Deformationsgeschossen kann es dort gelegentlich zum Vollmantel-Effekt kommen. Der Aufschlag auf den Wildkörper ist generell anders als bei anderen Kalibern. Es kommt viel Masse ins Ziel, die Eindringtiefe ist hoch, beim Durchschlagen des Wildkörpers bleibt viel Geschossvolumen erhalten und beim Verlassen liefert die 9,3x74R verlässliche Pirschzeichen. Überdies sind ihre Geschosse so massiv, dass noch genügend davon das Ziel findet, wenn unmittelbar vor dem Wildzweige Äste bzw. Stämmchen durchschlagen werden. Absichtliche Schüsse durchs Dickicht möchte ich hiermit nicht anpreisen, doch gerade bei Drückjagden erfordert die Situation nicht selten rasches Nachschießen und gelegentlich auch ins Gestrüpp hinein. Im typischen Nahbereich der Bewegungsjagd sucht demnach die 9,3x74R ihresgleichen. Übereinstimmend wird ihr auch eine sehr gute Stoppwirkung nachgesagt. Das Manko der geringeren Reichweite, der 9,3x74R, rief die 8x75RS und später die 30R Blaser auf den Plan. Für beide diente die Hülse der 9,3x74R als Basis. Alle zwei werden mit leichteren Geschossen laboriert und schöpfen ihre hohe Auftreffenergie aus deutlich gesteigerter Mündungsgeschwindigkeit. Hinsichtlich ihrer Rasanz steckt die 30R Blaser sogar die 3006 glatt in die Tasche und kommt der 300 Winchester Magnum nahe. Dem Erfolg der 9,3 machte es jedoch keinen Abbruch. Wie bereits erwähnt, wird und wurde dieses Kaliber hauptsächlich in Doppelbüchsen, Bockdoppelbüchsen und Doppelbüchsdrillingen geführt. Gelegentlich jedoch auch in Drillingen und Bockbüchsflinten. In leichten, einläufigen Kipplaufbüchsen wird sie nur sehr selten geführt. Dies liegt in der Regel an der sehr geringen Rasanz und an dem in solch leichten Waffen meist starken Rückstoß. Ich persönlich besitze seit einigen Jahren eine Luger-Standard-Bockdoppelbüchse in diesem Kaliber mit schönen und schlanken, fest verlöteten Läufen und Einabzug. Bei dieser Waffe handelt es sich um eine Eigenmarke der damaligen Firma Eduard Kettner, welche Ende der 90er Jahre in Deutschland vertrieben wurde. Wie in vielen Videos erwähnt, bekam ich als Kind von meinem Onkel den Kettner-Katalog von 1998 geschenkt, in welcher diese Büchsen angeboten wurden. Ich fand die Optik der Waffe damals im Katalog schon sehr gut und hatte vor einiger Zeit das große Glück, noch eine gebrauchte Waffe im Internet zu finden. Auf meinem Kanal findet ihr übrigens ebenfalls ein Waffenporträt über diese Bockdoppelbüchse. Nun aber wieder zur 9,3 x 74 R. In der genannten Waffe empfinde ich den Rückstoß erstaunlicherweise als sehr angenehm, obwohl die Waffe auch relativ leicht ist. Hierbei schiebt die Waffe eher, als dass sie tritt oder hoch schlägt. Ich finde den Rückstoß auch nicht so stark wie bei meiner 30,06 oder 9,3 x 62. Jagdlich gesehen ist sie ideal für die Jagd auf schweres Wild auf allen Kontinenten, wie zum Beispiel Rothirsch und Keiler, schwere Antilopen oder Elch und Braunbär. Früher wurde sie auch oft für die Jagd auf Großwild genutzt. Dies ist heutzutage jedoch in vielen afrikanischen Ländern nicht mehr zulässig, aufgrund vom Mindestgeschossdurchmesser von 9,5 mm. Heutzutage wird sie fast nur noch in Europa genutzt. Nach Afrika nehmen sie nur noch wenige Jäger mit. In Nordamerika ist sie nur selten vertreten und wird kaum geführt. Dort sind meist nur einige Doppelbüchsen in diesem Kaliber auf dem Markt, welche von Liebhabern gekauft werden. Neuwaffen werden heute noch sehr oft gebaut und auf dem Gebrauchtwaffenmarkt sieht es auch sehr gut aus. Munition ist ebenfalls reichlich vorhanden. Noch flexibler ist aber natürlich der Widerlader. Das Geschossangebot im benötigten Diameter von 0,366 Zoll ist zwar nicht so groß wie bei den 30er-Kalibern, aber dennoch gut vertreten. Die Matrizen- und Hülsenbeschaffung ist ebenfalls problemlos möglich. Ich finde es schön, dass diese alte, starke, aber auch ausgeglichene Patrone heutzutage noch so weit verbreitet ist. Es wäre wirklich schön, wenn dies auch zukünftig so bleiben wird. Das war es auch schon wieder mit dieser Ausgabe von Welt der Kaliber. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Weidmannsheil!